Ihr sucht eine Holzoptik-Bodenfliese im kleineren Format und möchtet nicht auf eine schöne Oberflächenstruktur und eine tolle Maserung verzichten? Dann ist unsere Serie Lilly genau das Richtige. Das hier ist die Farbe Beige. Lasst euch in den nachfolgenden Bildern von der schönen Maserung und der Struktur begeistern. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Holzoptik-Vliese Lilly hat euer Interesse geweckt und ihr findet sie genauso schön wie ich. Dann bestellt euch ein Muster bei uns im Shop und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren für weitere Infos. Die Holzoptik-Vliese